Jungs, ungelogen, wir haben es schon wieder geschafft, wir sind wieder in der Top 100, ich habe 29.1 geholt, unglaublich geschwitzt, aber Jungs, wir haben es geschafft, wir haben die 29.1 geholt, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass es diesmal reichen wird, gebt euch das mal, gebt euch mal, wie schön das aussieht, 32. Letztes Mal waren wir 64. und da war der Puffer ein bisschen zu wenig, deswegen sind wir wieder rausgerutscht, dann waren wir 154. mit 29.1, aber diesmal haben wir 29.1 und sind 32. Das heißt, wir haben noch einen kleinen Puffer, wie lange geht die Dings bei uns noch, 12 Stunden noch, wir müssen 12 Stunden lang versuchen, jetzt irgendwie in der Top 100 zu bleiben, und dann gibt es ein richtig geiles Pack-Opening am Donnerstag, ich freue mich schon brutal, wir könnten es diesmal wirklich schaffen, wir könnten es wirklich diesmal schaffen, und da geht nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mir geholfen haben, mein Team zu machen, Wir haben ja letztes Jahr auch im Stream mein Team aufgebaut, für die Weekend League und für die Qualifier, und ich küsse eure Augen, wirklich, da waren glaube ich knapp 2500 Zuschauer dabei, ich küsse 5000 Augen, einzeln, jedes einzelne, wirklich, Dankeschön an euch, ihr habt mir ein brutales Team gebaut, und wir haben wirklich die Top 100 im Moment, also im Moment haben wir es noch geschafft, ich hoffe, das bleibt noch so, ich bin brutal hype, wir gucken uns mal an, wer noch hier in der Top 100 mit drin ist, ja, also paar 30er sind drin, Okay, Baka hat auch nur 29, Marvin hat auch nur 29, die ganzen E-Sportler, und hier kommen wir dann, mit 29 Siegen, die haben gute Skill-Punkte, das könnte wirklich reichen, Leute, ich bin brutal hype, man, naja, wir werden es sehen, wir werden es sehen, ich werde es in Instagram posten, folgt mir auf Instagram, ich schreibe euch dort in die Story, ob wir es geschafft haben, uns da zu halten, oder nicht, entschuldigt mich, heute kommt keine Prediction, ich bin einfach brutal hype, auf Weekend League gerade, deswegen, Jungs, falls euch das Video gefallen hat, falls ihr am Donnerstag die Top 100 Reboot sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, Leute, dann sehen wir uns am Donnerstag, ich würde sagen, gute Nacht, und schwitzt noch fleißig, bis dann, ciao.